so hallo peoples schon geht es weiter du musst es ausprobieren wo konnte man noch mal alchemie machen die mann fragen wir haben die augen mal ist loswerden auf deine eingabe worden soll Irgendwo bei den Chars. Den komischen Säurepfeil. Den kann sie haben. Schädel. Anlager. Knochen. Anlager. Schwer kann glaube ich keiner von denen gebrauchen. Ah, wie Alchemie natürlich. Ist klar. Ah, ok. Das ist das persönliche Inventar. Tränke. Sind das die Sachen die ich schon gefunden habe? Fabian da. Heiltramp mächtig. Balsam Asche. Salze aus Struckenmorche. Achso, ich muss. Granaten. Beschichtung. Sublimate. Du musst das ja als herstellen. Die Salze zum Beispiel. Schurkenmorchen. Bermut. Essenzen. Eicheltriffel. Asche. Balsam Asche kann ich zum Beispiel herstellen. Brauch ich. Balsam. Ja, wow. Für jeden Ohr. Für jeden Ohr Asche. Aber danke dir wegen dem Haar. Ähm. Alchemiebeutel. Ähm. Ja, dann kriegst du den Quest-Item. Was bist du? Das ist der Trümmerler Flegel. Was ist das? Gel kann die Magie, die sie nicht absorbieren und ihn zerstören. Er heißt blau. Sieben bis zwölf. Ähm. Anlager senden. Leichte Armbrust. Anlager senden. Knock. So. Abzerrissene Notiz. Äh. Rasche Antwort. 2 Gift. Überzieht seine aktive Klinge mit Gift. Ähm. Ja. Damit. Ähm. Wie losgeschehen. Trifft mit dieser Waffe einen Gegner, wird der Anwender um 1 bis 6 rum geheilt. Ich kann doch wahnsinnig... Was? 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 Trifft er mit dieser Waffe einen Gegner, wird der Anwender um 1 bis 6 Trefferpunkte geheilt. Kann jedoch wahnsinnig werden, wenn er nicht weiterhin in jedem Zug einen Feind trifft. Äh. Nein. Tschüss. Ja, ne. Lass die Waffe mal hier weg. Ja. Das liest sich alles so ganz flockig, ne. Ja, alles super hier. Wirst dich geheilt und so. Ah ja. Übrigens, wenn du nicht triffst, wirst du wahnsinnig. Vielleicht. Ähm. Nein. Flinker Angriff. Wenn der Anwender einen Gegner mit dieser Waffe trifft, erhält er 2 Züge lang Wucht. Was ist denn... Was bist denn du? Du bist ein... Ein Krummsäbel leicht. Ach ne. Er braucht das, ne. Krummsäbel leicht. Im Umgang mit Kriegswaffen oder Krummsäbeln geübt. Ist er nicht... Ah, er ist nicht geübt mit Krummsäbeln. Ist aber schlecht. Kann ich ihm das trotzdem geben? Warum? Warum? Er soll den hier vergleichen. Hallo? Warum vergleicht er mich? Okay. Schaltet frei. Was? Das Ding und das Ding. Was zahlen wirkst so viel Schaden, wenn ein Angriffswerke benutzt. Nachkampfangriff. Schaden 1d6 plus 3. Okay. Das ist 1d6 plus 4. Ja. Das ist schon mal ein Schaden, ja. Ja, der Anfang ist gerade das aber. Hm. Hm. Ja, 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 ja. Also nominal ist das ja. Es fängt an ein bisschen zu nerven. Ähm. Probieren wir es halt mal so, ne. Ne. So, glaub ich besser. Deine Meinung, dass du weder Angriffswerfen mit deinem Übungsmodus wirst, ist doch die Speziale, die du aufhören einsetzen kannst. Äh. Vier bis neun. Vier bis neun. Ja. Das bringt nichts, wenn der ungeübt ist. Hm. Ach so, ich kann hier. Ah ja, okay. Hier kann ich da umschalten, wie man das vergleicht. Okay. Äh. Dann sende ich mal das an Lager. Ähm. Ähm. Also mit dem Großschwert scheint sie da besser hinzukommen als mit der komischen Hellebarde. Definitiv. Ähm. So, die Frage ist jetzt so ein bisschen. Okay. Passt, ne. Soweit. Ähm. Ähm. Ha. Kann sie halt mehr machen. Acht. Okay. Alchemie. Ach ne, das ist Schattenherz, oder? Fun. Und. Ändert sich nichts. Okay. 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 Ich vermute das ganze. Ich vermute das ganze. Alchemie Inventar. Das sie alle verteilt über sich haben. Ne. Äh. Er hat ein bisschen was. Er hat nichts. Sie hat. Nix. Und er hat was. Ähm. Ähm. Das wird von allen Charakteren zusammengenommen. Geh ich mal schnell davon aus. Das ist strange. So. Was haben wir jetzt gemacht? Ähm. Wir sind jetzt da. Okay. Ich speichern wir mal den Kampf ab. Ah. Speichern. Oh. Spielstand. Aha. Okay. Kann ich und her. Okay. Ähm. Quiz. Ne. Hat sich irgendwas verbessert. Hab ich ja erzählt. Entkommen den Nautiloiden abgeschlossen. Achso. Das finden die verschollene Lieferung. Und eingeladen sein Leute zu treffen. Um ihr versteckt zu betreten. Mögen die Losung. Kleine Schlange. Trifft dich in Ruhe ganz Leuten. Okay. Aha. Gucke ich hier mal. Durchwurz. Mehr Balsam. Eine Bag of Holding. Ja. Damit kann ich mal sogar was anfangen. Geht das irgendwie weg das Feuer? Krieg ich wieder. Ja. Ah. Ich würde behaupten wenn ich das Ding untouch. Gibts wieder auf die Fresse. Okay. Okay. Hier gehts nicht runter. Abgrund. Geht das weg. Ah nein. Nicht aufs Feuerlaufen. Okidoki. Oh, was? Äh, äh, äh. Mr. Entschärfungsmann? Ich bin mir relativ sicher. Oh, hier an, wo der Katze. Ja, ich brauch keinen Zauber. Das kostet mich nix. Göttliche Führung kostet mich nix. Kostet mich ne Aktion, aber das kostet mich einen Stufe 2 Zauberplatz. Ja, werde ich gut schaffen, oder? Tung. 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 Äh. Uh huh. oh war das ist das diese 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 komische schlucht wo jetzt der felsen runter rollert der hier wenn ihr die falle auslöst ja so indiana jones mäßig ist hier unten was weil dann sparen wir uns nämlich den ganzen die ganze schmutz wer weiß ja ja ich bin schon im bilder das gab es habe ich in der vorschau gesehen tatsächlich naja wir lösen das noch mal aus alles ist klar ok hier kommt natürlich nicht weiter wir gehen mal die leider hoch 30 ip warum inspiration warum gab es jetzt inspiration sonderling im hintergrund passt der erfahrungspunkte und inspiration aber warum gab es jetzt überlebt die felsen überlebt die felsenfalle ok überlebt die felsenfalle entdecke den flugfunktionen besiege seine hiemen ach ok das haben wir gemacht ne zorn an der mutter trimm viel über die eulenbären mutter habe ich auch gemacht ok da habe ich noch nichts inspirierendes gefunden ok easy nehmen wir alles mit ok ich bin ja 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 ihr volk ey da wollten sie mich platt walzen mit ihrer kack volle Was ist mit den anderen? Wer hockt denn noch da hinten rum? Jetzt hat er sich weh getan, ich kriege die Kretze. Die Frage ist, will ich das jetzt hier... Ach komm. Es sind Banditen. Stufe 4, 20, 28. Ich bin unentschlossen. Krabbel erstmal hier hoch. Was haben wir hier? I don't feel lucky. Wieso leuchten die Teile einfach nicht auf? Sollte das nicht aufleuchten? Ich drücke doch alt. Ach, nur Waffen oder so. Ja, nein. Ist klar. Äh? Kann man alles mitnehmen. Schwere Armbrust. Okay. Okay. Ein Miesen. Ah, man kommt hier hoch. Aha. Genau das wollte ich doch wissen. Ja, fangen wir mal an. Mit Schlafsack. Nicht mit Kiste. Mit Schlafferhut. Oh. Offene Ketzerei. Schmutz. Gar nicht schlecht. Heiltränke. Schmutz. 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 ok auf jeden fall fangen diese banditen an ultra nervig zu werden nicht erreichbar natürlich verrotteter käse können sie sich sonst wohin stecken ihren verrotteten käse lara vorräte die göttliche führung haben an mutter katze brauchen wir nicht die wegfindung könnten sie noch ein bisschen besser machen naja spielt sich tatsächlich noch manchmal ein bisschen clunky gerade auf so engen stellen ok öffnet diebeswerkzeug benutzt ja das steht immer der träger sein kampfrausch beendet erhält 15 temporäre trefferpunkte trank des federfalls diebeswerkzeug alles nehmen ok diebeswerkzeug geht an ihnen das ist trank des federfalls das ist schmutz oder lager senden handtücher lager senden lager senden lager senden du bist eine flasche du bist der pfeil des blitzes ja wenn sie schon die ganze zeit bogen schießt warum nicht weg mit dir pfeil des rollenden donners was macht denn das griff der vernunft jede wachsamkeit der träger ist ein kampfrausch aber dafür müsste ich halt kampfrausch haben oder sonst bringt mir das doch gar nichts kann denn hier einer kampfrausch wunderschönen wunderschönen freitagabend ich glaube der einzige der kampfrausch kann sind entweder thunder oder karlach keine ahnung bringt mir nichts zur not ist das für für gail dass er hier die energie ausdrucken kann schmutz so was mit ihr bogenschütze schwere armbrust 3 bis 12 bis 11 im umgang mit krieger schwere armbrüste umgeübt das ist ja wieder ok also weg bist nicht rasiert ja jetzt nicht genauso wie gestern halten also ich glaube wenn ich mich zwei wochen nicht rasiere fällt das keinem auf ich habe nicht den ultimativen bartwuchs ich habe die nacht so wenig geschlafen und demzufolge sehe ich halt aus wie ich sag mal so eine rolle drops ok läuft oder stehen wir gucci oder sind wir gucci das sieht alles am plan aus diese kiste alter ane geht nicht wir springen einfach soll die jude sehr gar mal durchsucht und nicht wir werden die piraten gleich piraten und banditen gleich platt machen lagervorräte nehmen mit dann kann man noch eine schwere armbrust noch eine kiste ok hier ist nichts weiter was ist denn da kommt man da irgendwie hin grundsätzlich ja sieht aber nicht so besonders oder holzkower wie kann ich denn die stehen lassen mal aus derion gruppen modus wechseln ok na jetzt kann ich hier was war das jetzt ich habe z gedrückt z macht eine kurze rast alter körper ja kann er darüber springen ja kommt er wieder zurück ist die frage lucky alles mitnehmen ja lagervorräte sind nice nebo lange rast gehen halt 40 lagervorräte drauf bonus insgesamt ja gut ach guck wenn wir nicht in der gruppe sind können wir das ding nicht machen aber nervst du diesen attributs buff nicht geöffnet gold oh das hat sich gelohnt und ein heiltrank ja ah ok hier ist das wo wir draußen waren ok 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 eh 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 kann man noch ein schritt vor ja ok ok hm hm und jetzt hm 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 Ja, ja, dumm kann man sein, aber solange man sich zu helfen weiß, alles cool, chill. Ach, hier war die komische Felsenfalle, okay, okay, das heißt, wir sind hier hoch, glaube ich. Ja, hier haben wir dann die Knolle gehauen, ja, okay, warum steht da eine Schubkarre? Lektionen zum Lärm von Städte, wie man überlebt. Was mache ich mit der Schubkarre? Nix. Bin ich hier richtig? Bin ich mal im Ansatz richtig? Ruhe. Ah, okay, rechts. Ganz hier lang. Ah, hier sind die Knolle. Okay, okay. So, speichern. Ja, nicht löschen. So, dann tatschen wir jetzt mal hier diese Kiste an. Alter, nicht mal getroffen. Ich kann das schon wieder sehen, was hier abgeht. So, komm her, Sprung. Kritischer Fehlschlag. Okay, ich krieg die Kratzer. Was haben die eigentlich von Status? Oh, es brennt. Naja, okay, geht. Okay. Und dann wird es einer schon mal. Einer schon mal weg. Ja, wir gehen mal aus dem komischen Feuer raus. Okay, springen, springen. Und Schuss. Nein, nicht Schuss. Alter. Geht mir Hardcore auf den Sack. Geht mir Hardcore auf den Sack. Ich werde auf jeden Fall jetzt gleich eine lange Rast geben. Ja, 70 Prozent. Gib ihm. Ja, 70 Prozent. Gib ihm. Wir sind gestorben, aber sie haben eine wertvolle Kiste zurückgelassen. Wir könnten versuchen, ihren Besitzer zu ermitteln oder sie einfach zu öffnen. gehen dann noch weiter zurück. Okay, okay. Ist das als erstes, was ich mache? So, ist hier nicht irgendwo der zweite gestorben? Was ist denn da? Alchemistenfeuer. Das war das, was brennt, ne? Schleuder faschen, fließen Feuer auf den Angriffs und explodiert. Da liegt noch mehr Alchemistenfeuer. Okay, die sind gut verproviantiert gewesen. Heiltrank. Nice. Hat sich das schon gelohnt. Alchemistenfeuer. Alchemistenfeuer. Ja. Ähm. Wo ist denn mein Schurki? Plopp. Ja, rein. Oh, 20. Watt. Oh, 20. Watt. 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 EP ist immer gut. EP ist super. Das heißt, im Prinzip musst du alles so viel wie möglich machen, um einfach um die EP zu sammeln. Nicht immer nur Viehzeug kaputt hauen. Was bist denn du? Eine Eisenflasche. Leuchtende Flasche. Flasche, was Flasche die Freunde und Feinde enthalten kann. Macht vermutlich erstere zu letzterem. Aber 480 Dingsies. Gold. Feuerbärnstein. War es das wert? Ich habe keine Ahnung. Erstmal müssen wir hier Ja, boop. Ne, machen wir das. Boop, boop. Boop. Äh. Äh gut. Alles erst mal ins. Alles ans Lager sind. Easy. Boop. So. Tagebronxiert. Der Magier von Tiefwasser. Warum schon jetzt schon wieder? Was ist jetzt schon wieder passiert? Wir konnten Geld erfolgen, dass er nicht mehr stirbt. Okay. Gales Zustand hat sich wieder verschlimmert. Wir müssen ihn in dritten magischen Gegenstand beschaffen. Ah. Okidoki. Oh, Wermut nehme ich mit. Auf jeden. Auf jeden. Ist er das? Nee. Silberlöffel, Wermut, Ball. Ich habe ein magisches gemacht. Das ist gratifizierend zu hören. May I? Nein. Nein. Perhaps I'm not conveying the urgency of the situation. It's incredibly world-shatteringly important you give me a suitable artifact. Please. I see. Okay. Das heißt, ich muss die erst aus der komischen Ist der Rucksack leer oder ist da was drin? Was können wir ihm denn geben? Irgendeinen Schmutz. Zweihandachse plus eins. Damit kann er nichts anfangen. Gale kann diesem Mangel die Spinnenstiefel oder damit kann er nichts anfangen. Gale kann diesem Mangel. Okay, es ist glaube 190. 190 ist auch schon. Ah, hier kriegst diese komischen Handschuhe oder? Aufheben. So. Zacka. Jetzt habe ich was, an dem du lutschen kannst. So. Die Frage ist, ist es das wert? Ich habe ein Artefakt, interessiert. Ja, ja. da. Den ganzen Arm. der kleine sucht die KDA gut karts es like listen I need to speak to you to all of you it'll be unconscionable of me to remain silent Ich möchte jetzt keinen Kampf haben. Natürlich, Mystra, die Gottin der Mysterien. Und später auch mein Liefer. Was? Ich habe mich in Ordnung, dass sie uns beherrschten. Sie haben es gewünscht. Sie hat uns nicht gewünscht. Jedoch, als ich mit ihr war, habe ich auf dem Pflanz, gauze ich in die Wanderer über die Welt zu tun. Ich habe sie gewünscht. Ich habe sie gewünscht. Ich schraubte sie. Ich schraubte sie. Ich habe mir gesagt, dass meine ambitionen nur um sie besser zu tun. Sie nur schüttelte und sagte mir, dass ich glücklich bin. Aber nicht wahrlich, wie es mir jetzt scheint, habe ich eine Frau mit einer Frau, und ich war nicht glücklich. Also habe ich versucht, mich zu erzeugen. Wir kommen jetzt zur Krux meiner Folle. Will ich die Geschichte hinter mir, oder würde ich lieber gehen direkt zu ihrer Sordid finale? Okay. Könnt ihr was auswählen? Weil ich kann im Stream nichts auswählen. Ah, da wurde gewählt, oder? Ja nice, warum kann ich nicht selber wählen? Aha. Okay, ja, wollte ich die volle Packung haben. Warum wird denn das Teil bei mir nicht geladen? Das finde ich halt schon brech. Dass das Umfrage-Ding bei mir nicht geladen wird. Weil früher ging das auf alle Fälle. Aber nice, dass es funktioniert. Ein fliegender Turm, aha. Ein fliegender Turm, aha. Ein fliegender Turm, ja das ist, wie er sich nicht aufwählen, die rief geflogen hat. Ja, das ist, was er auswählen. Die magische Musik, die das pergibt, war von der Zeit, was… Phenomenal. Oder so I thought, until in the course of my studies I learned of a book, a nethery's tone in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? And chocolate, you have already closed it. Okay, das sieht schon mal ultra falsch aus. Alter. Alianzise, staring down the corridors of a dread memory. El bot belled, and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weed that pounces. It's teeth, it's claws, it's unstoppable as it digs through and becomes a part of you! My gods is it ever hungry! Ich kundelst, dass er noch lebt bei den Korern, sagst du mir das? Ich kundelst. Was? Ich habe keine Ahnung, wie groß Waterdeep ist. Können wir nicht tun, ich habe euch vertraut. Ich kundelst, dass er noch nicht so lebt, sondern ich kundelst, dass er noch nicht so lebt. Wir haben es gemeinsam so weit gebracht, wir werden gemeinsam weitermachen. Auch wenn wir uns trennen, würdet ihr gehen, ist Scherz ein großer Vater. Ja, ja, ich bin gut. Ich bin chaotisch, aber ich bin gut. Ich verstehe, wenn du gegen mich standst. Ich bin froh, wenn du mit mir standst. Insofern werde ich mein Bestes nicht zu lassen. Ich stand an einem Precipice. Aber wenn du nicht geben willst, auch nicht will ich. Ich kämpfe. Ich resiste so lange wie ich kann. Jetzt. Warum sind die eigentlich grün und blau dargestellt? Hat das irgendeinen spezifischen Hintergrund? Aha, ich glaube blau sind die in meiner Party, ne? Aha, 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 schlau. Ah ja, da ist er. Da. Das Techtel möchte ich da mal angefangen. Ich habe keine Ahnung, wie das weitergeht. Aber ich gehe einfach mal weg. Alchemie, wenn nicht schlecht. Tränke. Mächtige Heiltränke, wenn super. Alle Zutaten extrahieren. Klingt das nach einem Plan? Ne, ne? Ich brauche Balsam Asche. Das heißt, ich brauche Asche. Sieben. Aber so viel habe ich nicht. Ich kann dreimal machen. Plupp. Dreimal mächtige Heiltränke. Awesome. Na, ich kann auch auf aller Gegenschein schon. Kluck. Lernt man hier eigentlich noch irgendwann mal was dazu? Oder war es das jetzt schon? Kleine Heiltränke brauche ich Suspension und Schurkenmorchel. Suspension und Schurkenmorchel. Ah, Suspension kann ich herstellen aus Meergras. Eine. Und Schurkenmorchel. Sublimate war das, glaube ich, ne? Salze. Schurkenmorchel. Habe ich nicht. Keine Ahnung. Zu lange her. Ja. Guck mal. Wir haben jetzt Heiltränke. Er hat vier. Er hat kleine. Das heißt, er braucht auf alle Fälle. Ah, guck mal. Wir haben kleine Heiltränke. Wie kann ich denn das Ding stapelteilen? Haha. So, jetzt hat er oder sie, ein paar Heiltränke. Stapelteilen. Zwei. Passt. Und kriegt zwei dicke Heiltränke. Jeder hat seine Wiederbelebensschriftrolle. Das ist ganz wichtig. Wenn ich wieder ins Gras beiße. Ähm. Was bist du? Du bist eine Flasche. Warum bist du eine Flasche? Okay, du bist eine Silberbahn. Du bist eine Flasche. Ihr geht beide ans Lager. Blaupausen. Okay. Sieht doch wie ein Plan aus, oder? So, alles in... Okay. Muss ich jetzt diese komische Gifjanki in der Party haben? Ähm. Aktuelle Fahrung, 94.000. Ich hole nicht mehr, 3000. Hm? Damit die rumschäkern? Oder geht das auch irgendwie von alleine? Mittelmäßig. Neutral. Neutral. Ich sag mal, keine... Keine Werte hier. Das ist ein bisschen... Nee. Ich schlafe einfach mal so. Wir gehen zu Bett. Wir wollen 40. Ach, Alter. Ich darf schon wieder sehen hier. 15. 35. Die Putin. Das heißt, ich brauche noch 5. Was? Warum macht denn die Salami Schaden? 1D4 plus 4. Und es ist ein Wuchtschlag. Oh. Damit kannst du zuhören. Ja gut, dass ich das kann, ist klar, aber... Muss man, glaube ich, jetzt nicht, oder? Ah, hier 5. Ponikwabe. Kann man den irgendwie teilen? Ja, ne? Stapel teilen. Auf 1. Wo ist denn jetzt diese eine Honigwabe? Okay. Oh. 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 I lead. You follow. Muss ich jetzt eine Umfrage machen, ob ihr es hier wollt? Okay. Bin bereit. So, Moment. Ich muss mich noch kurz positionieren, um das natürlich aufmerksam verfolgen zu können, was da abgeht. So, you think. Let's see if you're right. Oh, ich dachte gerade. Sie ist ganz schön trainiert, würde ich sagen. Ohi, ohi, ohi. Warte. Die Augen fließen, du gehörst ihr Einschüchter zu tun, das ist nicht. Ich ergebe mich. Ergeben? Was habt ihr vor? Äh. Vertraue. A pause. And then the flicker of a tongue cross your neck. Open. Taste. Das ist ein wenig. Gut. Loha. ja gut die haben ein bisschen rumgeknutscht jetzt das war jetzt noch nur nicht so entscheidend da sah das mit dem druiden wesentlich schlimmer aus muss ich gestehen wartet nur einen kleinen moment die nacht darunter folgt habe ich sehr genossen warum so eigentlich spannend euch rastet können wir uns vielleicht bald wieder lieben oh meine klima ist jetzt hoch umschneiden seid ihr auch zu reden was kommt nun für uns den schmerz abschütteln und dich erheben okay uh-huh ah oh lol man hat bei ihm was gesehen bei ihm hat man mehr gesehen als bei ihr oh the fuck sind wir jetzt wenigstens erholt schaut so oder so sind wir ready für die nächste runde ähm lager verlassen oder ja ne sind durch alles geheilt ich kann dafür nix äh musste larion studios behaupten nicht mich ich habe das nicht programmiert so damit wird man die erste die erste von mehreren szenen tatsächlich hinter uns wo jetzt hierhin hier geht es wieder hoch okay nein wir können ja auch nicht so was sagt unser journal inspiration gab nicht mal inspiration gingsweise kriegst du nur inspiration von leuten die in deiner party sind okay wir haben jetzt hier die höhle durchsucht okay es sieht nur am plan aus ich höre hier irgendwas irgendein tier hat geschnauft so hat sich mit bär angehört geht es hier irgendwie runter nee zerfleischte leiche ja okay hier ist das das heißt wir gehen mal da lang war hier nicht irgendwie der komische der komische wagen ja hier war doch so ein komischer wagen irgendwo wenn wir nicht mal hier jetzt die schubkarre okay das wäre nur müll oder das sind lektionen neben vernunft städte die man sie überliebt muss man eigentlich diese ganzen bücher lesen es geht zeug herbst kokos schmutz aus versehen auf irgendeine taste gekommen ich habe keine ahnung eine sache die gefällt mir tatsächlich immer noch nicht die haben sie immer noch nicht gefixt ist die werden kisten nicht angezeigt ich kann zwar alt drücken aber die werden halt die kisten nicht angezeigt das frage ich mich heute auch noch was um dieses werkzeug nice und sei das mit den büchern ach so ob man die lesen muss ja ne aber kühns west da sollte ich doch hin wegen dem wie heißt er mit den banditen wegpummel entdeckt oh wegpummel entdeckt ja nice da stand einer ich habe keine ahnung was das was er ist aber erst mal den wegpunkt ok da bist du sehe ich nicht faust rekrut tristron in der theorie kannst du auch glaube ich jetzt hier rein springen oder tatsächlich ich kann aufs dach springen könnte von oben angreifen es gibt nichts was es nicht gibt in dem spiel ist dir völlig frei überlassen was du tust ok ja gut dann gehen wir mal nach waukinsruhe gehen wir mal durch den fronteingang wie die letzten dummies quasi wir haben ja die losungs wort was waren das losungs wort irgendwas mit schlange und schatten langer schatten irgendwas da kleine schlange großer schatten ja das wird schießt ach so einfach aufgemacht ok tschuldig küssen tschuldig küssen ok hier sind auf alle fälle leute tot ich finde es gut dass ich überall plündern darf alturia was ist denn eigentlich diese diese in den klammern ist dann quasi so aufgrund deiner irgendwelche talente geschichte voraussetzungen die du hast dass da irgendwelche extra sachen sind sind immer gut oder schlecht weil hier steht nicht da ist das gut oder schlecht sondern da steht halt nur ja das kannst du halt machen hm 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 na ok wenn ich.. wenn ich plündern Aber nur sie. Okay. Alles nehmen. Schurkenmorschen. Oh Gott. Nois, nois, nois. Ja, nicht deren Kampfgefährten plündern die Leichenflayer. Ja. Panzerhandschuh. Durcheinander seid ihr wohl eher hier. Die Spur mit dem Fuß verwischen. Das ist nicht nett. Ihr könnt genauso laufen. Ah, Forschung. Na gut. Ah, ich kann einen Bonus. Oh, ich kann einen Bonus. Zehn. Ah, du kannst von jeder Person, glaube ich, nur einen Bonus. Deswegen kannst du entweder den oder den. Aber du kannst ja einfach den nehmen und konntest immer noch den Vorteil benutzen. Die Frage ist. Wollte man den Vorteil benutzen? Die Kreaturen ist bei Würfen auf Intelligenz. Urteil. Ach. Schmutz, oder? 13. Ha. Easy. Oh, nochmal plus 4. War risky, aber wir haben es keine Reise. Bis zur langen Rast, why not? Ja, lange Rast ist easy gemacht. Ich meine, muss der bloß auf den Knopf drücken und dann 40 Vorräte. Und ich glaube, Vorräte ist echt easy. Ich glaube, vor allem. Naja, du hilfst dir und dann labbelst du sich voll? Kriegst du doch nicht für sowas Erfahrungspunkte? 555 näher, ob wir es nicht, okay. Dann plündern wir halt einfach weiter. Goblin, Bullywook Trompete, schlichtes Gift. Ach das ist ein Pilz. Of course ist das ein Pilz. Schurkenmorche, echt viele Pilze. Wer bist du? Okay. Nein, nicht dieses Cypher. Cypher. Bringt das irgendwas? Nicht wirklich. Bettlagen. Klicken wir mal rein. Kann nicht falsch sein mal so ein Buch zu lesen. Ein Öl. Ist das hier das Badehaus oder was? Ich finde das gut, dass hier echt viel Geld rumliegt. Ja, nee, ist klar. Kaputte Tür. Ok. Ich hoffe, ich habe hier nichts übersehen. Warum ist hier eigentlich eine Treppe aufs Vordach? Muss man nicht verstehen. Muss man nicht verstehen. Ok. Aber man muss sagen, die Goblins mussten ganz schön... Oh guck mal, den kann ich plündern. Sollten darin der Flammen und Faust. Oh, Alter. War wohl doch nicht so ein guter Freund. Was? Was? Höhlen doch. Diebstahlbelohnung. Ähm. Ähm. Okay. Speicher mal. Also, einmal Diebstahlbelohnung. In einem Akt des niedrigsregionalismus, der auch durch die seit vergangenen Jahren nicht weniger schmerzt, wurde die Status geliebten Waldläufer brutal vom zentralen Lagerz in Baldors Tor geraubt und bis heute nicht wiedergefunden. Es wurde zwar eine Zeit die Kopie erstellt, doch das Adoptiv der besorgten Bürger der Welt der Weite ist weiterhin überzeugt, dass der Originalstatus sich noch irgendwo befindet. Zudem ist es bereits demjenigen, der bei ihrer Willebeschreibung hilft, eine stadtliche Biologen zu bezahlen, ohne Fragen gestellt werden würden. Wir bitten die Diebe folgendes zu bedenken. Dieses Kunstwerk sollte nicht beleidigen, sondern inspirieren. Der kühne Abenteurer, den es darstellt, ist keine reale Person oder lebende oder tot, sondern eine Metapher für die Stadt selbst. Er steht fest und ernst auf seinem Fundament, blickt nach außen, hält aber die Wärme der Hoffnung fest im Schloss in sein Herz, sagt er durch einen kleinen, wuscheligen Hams. Natürlich! Bitte findet die Hoffnung in eurem eigenen Herzen und geht der Stadt, ihrem geliebten Walddäufer zurück. Reicht uns die Hand zur Hilfe und wir werden sie mit Gold füllen. Hä? Immerhin, das Ding ist 14 Gold wert. Dafür bin ich zu groß. Aha. Natürlich laufe ich ins Feuer, was soll das denn? Zertrümmer, das war einfach. Wollen wir das kaputt machen? Ein Brief und Gold. Ihr habt ein Schnäuztuch auf dem Küchentisch vergessen, ich habe es noch nicht weggeworfen. Reha. Aha. Ah ok. Da ist einer abgeguckt. 13 Gold. Ok, hier ist nicht viel. Warum ist, wie kann man hier nach oben kommen? Ah, da muss vermutlich das andere Haus. Na ja, gut. Immerhin. Ah, Käse. Ich habe ein Loch gefunden. Immerhin. Das ist schon mal phänomenal. Ach, natürlich wieder. Das nervt halt immer, dass du halt diese Feuer und Säure auf dem Boden und du läufst halt immer da drüber, weil die Figuren also ungenau laufen. Ok. Ah, guck mal. Hier die Faust kann man auch. Den kann man auch gründern. Toter Häupling. Wasser und Schlüssel zu Süd. Doki Doki. Mensch, ich muss jetzt mal wieder den Müll loswerden. Jedes Mal dasselbe. Ok. Blub. Buch. Ölflasche. Diebstahlbelohnung. Brief. Auch das Wasser kann man auch übrigens verschütten, oder? Damit die... Damit die Feuer gelöscht werden. Kur. Aha. Objekte bewegen. Sind wir hier bei der Feuerwehr? Ja, das ist... Vielleicht hilfreich, dass man nicht mal über das Feuer drüber läuft und Schaden kriegt. Objekte lassen sich bewegen. Ok. Ochse. Nein. Toder Goblin. Das habe ich natürlich das mit dem... Oh, was? Wart, warte, 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 warte. Nein, 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 nein. Hier wird nicht... Ich kann doch mit Tieren reden oder so. Zum Glück. Todesangst. Ok. Wir haben erstmal dafür gesorgt, dass er uns nicht angreift. Überzeugen. Friedlich die Hände ausstrecken. Deine Position behaupten. Einschächern. Ok. Hier habe ich 1d4 plus und hier habe ich 1d4 und 2 plus. Wir schüchtern ihn ein, oder? Haben wir auf alle Fälle mehr gekonnt. Bonus hinzufügen. Vorteil braucht man nicht. Ähm. Gott. Ja. Wie sie... Ja. Bist du ein guter, hä? Wer ist ein feiner? Huch. Kann man mit dem reden? Ok. Ok. Ah, guck mal. Aktuelle Erfahrung. 605. Das hat tatsächlich... Diese, diese Skillchecks geben auch Erfahrung. Auch wenn da nicht steht, dass da Erfahrung gibt. Kann man das irgendwo einschalten? Dass man sieht, was... Wie viel man Erfahrung bekommt. Moment. Handy hat gebriert. Wer will jetzt wieder irgendwas? Okay, alles gut. Alles gut. Ähm. Okay. Ah, da kannst du verschiedene Sachen anzeigen. Ja, ich will alles haben. Okay, okay. Ähm. Das ist okay. Okay, okay. Eine Sache. Easy. Fertigkeiten. Oder Journal. Inspiration. Nein. Dialoge. Nein. Das Tier kaut zufrieden. Tutorials. Nein. Gab's nicht sowas? Kampfprotokoll. Ah, hier. Haha. Hier kannst du nachgucken, was es tatsächlich gibt. Erfolgreichen Wurf auf einen schüchtern. Ich hab 50 Erfahrungen dafür gespielt. Ich hab's nicht zurückgekriegt. Yes. Ähm. Ah. Ah. Okay, wieder was gelernt. Okay, Schmutz. okay he sagt gar nichts korrigiere wogenslosen aha ja cool hier ist der banditenunterschlupf der banditenunterschlupf es gibt hier jede menge angriff es ist lootzeit dreckiger Brie Junge hier 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 was will sie hier auf einmal habe ich aus versehen auf sie geklickt ok weggehen schmutz 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 oh ne alles was nicht unbedingt immer ein ein Dings kostet. Na, weil mit einem Gold machst du dich ja tot. Was bist du? Unedler Hut. Das ist alles verdorben. Ja gut, hier werden wir wohl nicht viel rauskriegen, aber wir kriegen hier gar nichts raus. Täler. Oh, ich hätte gedacht, wir kriegen wenigstens hier mal ein paar Goldstücke oder so. Aber hier ist ja nichts. Oh, hier sind Pantoffels für sie. Ah, hier ist eine komische Luke. Flasche, Tintenfass. Okay, alles müde. Wollen wir da runter? Jetzt schon? Ja, ne? Kann man nichts falsch machen. Das sieht schon wieder voll suspekt aus, das da. Ah, hier, die harten Würstchen. Yes. tot. Ja, nee. So schnell nicht. Hoffe ich. Zumindest. Das ist ja nicht diese bösen Fallen Sinn. Ah, guck mal, Lagervorräte. Ja, immerhin. Uh, mehr Würstchen. Nice. Was sind denn das für Banditen? Hier ist halt nichts. Außer Würstchen. Und Karotten. Kartoffel. Was wollten die hier? Wollten die hier wintern oder so? Verfoulde Karotte. Kiste. Ist ja nicht so voll so Kirchenmusik, oder? Oh, Gold. Spektakulärer Fund. Okay, Kartoffeln und Schlüssel. Mehr Würstchen. Verstöße durch Waffenhändler. Was haben wir euch die Fondscher und Schmugglers? Okay. Mal gelesen. Hat nichts gebracht. Ist irgendwie ganz schön mau, oder? Da habe ich mir, weiß Gott, was echt krasseres vorgestellt. Aber hey, was soll's. Wir haben hier ja jede Menge Food. Verfaultes Zeug. Brauche ich nicht. Oh. Okay, never mind. Das war, glaube ich... Das ist, glaube ich, hier nur die Vorhalle. Mal eine dumme Frage. Der Reisesack. Okay, kann man irgendwie das... Da ist das Foodzeug drin, ne? Lagervorräte. Ein Schätzwert von 642. Macht 21 Kilo. Ne, hier hat 28 Kilo. Er hat 2,8 Kilo dabei. Kann man die Sachen auch in deine Kiste tun? Ne, in deine Lagerkiste? Wird das Zeug da nicht schlecht? Weil es halt schon... Es sind halt 20... Äh, sind wir hier bei 50... 52... 56 Kilo ungefähr. Wird nichts schlecht. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt, die 56 Kilo kann ich tatsächlich auslagern. Das ist schon mal gut zu wissen. Du musst das Essen nicht mit rumschleppen. Ah, das ist gut. Oh, eine Zitrone. Jetzt nix. Jetzt gucken wir mal. Holzfass. Holzfass. Holzkiste. Bronzefass. Äh, ist mir alles wurscht. Geheimtreppe. Ah, Wegpunkt. Ach, du dickes Ei. Da ist... Dieses Labyrinth hat einen eigenen Wegpunkt. Ich kann nicht speichern. Doch. Aber wie groß ist denn das? Wenn das einen eigenen Wegpunkt hat. Essen lud ich hier echt wie Sondermär. Okay. Ich hab ein Gespräch begonnen. Rat. Rat. Das ist weit genug. Was ist dein Geschäft hier? Antwort auf ehrlich. Und vielleicht werden wir dich wegküren. Was sind sie denn? Ähm. Ganz ruhig. Euer Wachmann hat mich reingelassen. Euer Kumpan hat mich los in ihrem kleinen Schlangen. Großer Schmerz. Heimlichkeit. Zurück in den Schatten huschen. Das sieht schlecht aus. Ich hab mir sogar einen Nachteil dafür. Ähm. Kleine Schlange. Großer Schatten. Das sagt mir nur, dass du meine Leute kennst. Nicht, warum du hier in ihrer Statt bist. Die kommen nicht zurück. Aber ich weiß, was das an Lieferung geworden ist. Ähm. Hehehe. Ja, die könnten nicht zurückkommen, weil... Hm. Weil wir die gemördert haben. Das heißt, gemördert ist wann. Die haben uns angegriffen. Das war stumpf. Äh. Selbstverteidigung. Das Zahn ist inspiriert. Huhuhu. Sehr schön. Und die Würstchen nehmen wir mit. Wir disarmten die Traps. Klingt das nach einem Plan oder klingt das nach einem Plan? Warum schlägt man eine Wahrnehmung viel? Ähm. Gefällt mir ja gar nicht. Käse. Was seid denn hier für Leute? Ähm. Vier. Den kann ich noch nicht sehen. Okay. Es sind nicht so viele Leute da. Oh, gut, dass sie die Fallen entschärft hat. Alter, ich werde da voll reingelatscht. Ähm. Müssen wir die entschärfen? Gibt das Bonuspunkt? Krupa und Assyon hat 30 Erfahrungen halten. Okay. Ja, ja, will er wohl schaffen, aber hey. Ja, easy. Ich will mal gucken, ob es Erfahrungspunkte gibt. Deswegen habe ich das gerade eingeschaltet. Na, Erfolg. Erfolgreichen Falleinschärfen. Nee, Falleinschärfen gibt nichts. Okay. Äh. Okay, so. Okay. Okay, so. Okay. Okay. Uh-huh, ja, it's. Uh-huh, uh-huh. Okay. 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 Ich weiß nicht, dass das Rübsen anders so Finger weg. Ah, okay, der Hebel wird die Fallen anwerfen. Okay. Alter. Warum? Kopf, Tisch und so, ne? Die Fallen sind entschärft. Alles ist friedlich. Ach, wegen der Fackel. Alter, dass das sowas beachtet. Okay, mach mal die Fackel weg. Aber du könntest recht haben. Tatsächlich. So, ne? Wir machen unser Gespräch jetzt. Ähm, was haben wir gesagt? Wir haben eine kleine Schlange. Okay, Inspiration. Sehr schön. So. Sie haben gesagt, die Fallen sind entschärft. So, hier müsste gleich der nächste kommen. Wie gesagt, einer mal hier ein bisschen. Okay, er hat erfolgreich den Hebel erkannt. So, seid ihr euch sicher, dass es mit der Fackel jetzt so funktioniert? Wie geht denn das da hin? Oh Gott, wie riesig ist denn dieses scheiß Labyrinth wieder? Wir sind immer noch im ersten Akt. Irgendwo mittendrin, ey. Okay, das heißt, wir werden uns jetzt hier mit... Mit wem? Da oben muss man hin. Ich hab 80 Stunden im Merkt 1 gebracht. Alter. Beim Streaming wird halt noch langsamer. Ich glaube, ich spiele das übernächstes Jahr noch. Ähm, ja, ich bin ein nices Seeler. Ich glaube, wir müssen mit ihr reden. Dieses. Egal was passiert, ich hab High Ground. Ich hab noch mehr Zeit verbracht. Über eins kam ich noch nicht mal wirklich. Ich hatte eure Lieferung, habe sie auch verloren. Habe ich das? Was? Funny that. You just lost a heap of coin too. Actually. Hells with this. The day I've had. You just lost your life too. Let's kill him. Wart. Spielschlag. Spielschlag ist schon mal gut. Spurten. Spielschlag. Er kommt hoch. Reicht aber nicht. Ja, ist klar. So, ihr Nasenbären. Ist mit ich dran. Okay, er kann geschubst werden Das ist doch schon mal eine Okay 28 Leben Muss im Vorteil sein Alter Okay Sie sind verschwunden, findet sie Was? LOL Okay Das bin ich Wir bewegen uns Nach vorne Okay, verfotz dich Ach alter Seriously Und gleich nochmal Let's go Let's go Schubsen 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 Aktion fehlgeschlagen Bom Gibt ihm. Oh, grüße Trevor. Fällt er hin? Fuh. Es gibt gerade mal drei Schaden. Also so gut es runterschubsen ist irgendwie nicht. 88 im Vorteil. Okay, 40 EP. Läuft. Das kommt doch wieder hoch. Natürlich, viel schlagen. Oh nein, ich stehe im Öl drin. Oh. Schenkelschuss. Okay, ist nicht die Welt. Fuh. Tut weh, hä? Fuck. Benommen ist gut. 60, 40. Ich glaube, ihre Nachkampfwaffen sind tatsächlich nur ein bisschen so, um Sachen zu pushen. Top. 5 Schaden, das ist gut. 50. Hä? Natürlich trifft das kleine Messer, trifft halt kritisch. So klar, oder? Athletisch viel geschlagen. Endlich. Ja, Reaktion. Bamm. Easy. Oh, da ist ja noch mehr hier drin. Uiuiui. Die haben ja richtig viel Zeug. Oh, kann es sein, dass sie normalerweise als Händlerin fungiert, wenn sie zuviel sind? Ah, das bedeutet natürlich... Ach, mega. Ähm. Okay. Du hast einen Händler getötet. Ist nicht schlimm. Wenn ich jetzt hier runtergehe, greift er mich an. Ja, wir plündern die jetzt einfach hier Basis-Gift-Kling-Ampel. Du hast einen Händler getötet. Ja. Du hast einen Händler getötet. Du hast einen Händler getötet. ok macht nichts ich bin ein gefangener ich bin ein gefangener erfolgreich ich bin dame janas geflohener bräulegaben ich bin ein gefangener ich bin ein gefangener und so in a fit of madness i told her of my past of the woman i'd loved before she found me love still in truth she was less than pleased i made a timely retreat into the countryside to paint and clear my head to choose i suppose indeed want to split the very soul but i do not want it any longer lest i weep and we have your reward to know once i have made my way safely back to the city say you i don't suppose you could spare some coin could you what ease the discomforts of the road some hmm hmm geben wir ihm Geld oder geben wir ihm kein Geld 200 ist halt schon nicht ohne naja gut 2 habe ich gemacht war aber schlecht schattenherz ist nicht einverstanden das ist unglücklich schwarze leinwand nehm mal doch nehm mal doch uuh was ist das? uuh nice Ringe What What A Wegfindung ist hier schon mal echt strange manchmal Auftrag Oh Schriftrollen ne lura dieses werkzeug ja 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 Spieluhr um Silberbahn, jawohl Okay, den Hebel drücke ich erstmal nicht Okay, den Hebel drücke ich Okay Ah, ein Achievement Öffnen, wenn die schlägt Oh, Ringe, 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 Geld Schmuck Prozessliches Schmuck, durchaus nice Was zur Hölle Was ist das denn hier? Näherungssprengstoff Oh Gott 15 Oh, für 15 Nehme ich mal Vorteil mit Auch wenn ich es nicht brauche Aber hier ist hier noch Was? Was? Kann ich das immer noch entschärfen? Äh Nein Doch Speichern Äh Ja Das glaube ich ist ein bisschen Spät jetzt, oder? Hey Ähm Ja Super Spurten Spurten Äh Was war das für eine Aktion? Spurten Funktioniert das? Sprengstoff 5 Natürlich Aha, man kann sie kaputt machen Immerhin Schönen Dann Immer schön auf ihn draufschießen Kritischer Fehlschlag Das ist ein Verarsch Das ist ein Verarsch Muss ein Vorteil sein Ähm Okay, die Wölfe sind ein bisschen dumm. Die Wölfe sind ein bisschen dumm. Die Wölfe sind ein bisschen dumm. Was passiert, ob die jetzt... Pong. Pong, natürlich. Na komm. Pong. Wo ist denn der? Ah, der da unten. Na gut, dann schießen wir ihn halt zusammen. Easy. Pong. Ist nicht mehr benommen. Hold. Dann haben wir noch Feuer. Das ist okay. Heilendes Wort. Nehmen wir mal heilendes Wort. Auf mich. Das sind fünf. Bogen. Happy Place. Happy. Happy. Fehlschlag ist nicht schlimm. Pock. Nix kann er. Er kann auch nix. Okay. Alles cool, alles cool, alles cool. Was können die Wölfe eigentlich? Was können die Wölfe eigentlich? Nix, oder? Ziel außerhalb der normalen Reichweite. Okay. Na, wir wägen uns halt mal da hin. Und schon. Ah Gott. Elf. Cool. Die haben sogar einen Namen. Indra. Isbeth. Boop. Ich hatte die Vermutung, dass die Viecher nicht an den Bomben vorbeikommen. Aber was haben sie ja gemacht? Die sind ja hier eiskalt vorbeigelaufen. Vorübergehend feindlich gesinnt. Okay. Spurten. Okay. Zack. Machen wir es doch so kaputt? Oh, da ist einer. Ah ne, der ist unten, oder? Ruckelt halt hart hier. Ah, einer weniger. Ich hab ja Zeit. Kostet mich ja nix. Mit dem Bogen zu schießen. Was war denn das? Ging daneben, oder wat? Er spurte halt hier rum. Keine Ahnung. Also die cleverste Wegfindung ist das nicht gerade. Oh, guck mal. Man kann die Brücke kaputt schießen. Dann fällt die Bombe runter. Okay, dann fällt die ganze Brücke zusammen. Ist ja auch clever. Okay. Jetzt rennt er wieder zurück. Weißt du was? mal rein du uns weil es der ist. Ehm. He-hehehe. Hey. Let terce. geht doch immer nur wer wie komme ich denn hier runter oder hinten läuft er jetzt wenigstens hier lang nicht mal im ansatz junge er bewegt sich ok voll unspektakulär oder jede menge schlüssel und wir denken dran wir werden keine schrift rollen mittlere zähigkeit nein wir werden nicht auf dieses fass schießen nur weil da steht dass wir das sollen oh jede menge waffen die geben halt immer relativ gut geld auch wenn es nur grauer stift gift gift alles gift mit dem knopf der dunkle ring nicht der eine ring und was mache ich hier ein höhenloch was sind denn das für komische löcher überall die ganze zeit ich könnte es dir sagen ich könnte es dir sagen schlüssel ja keine sorge wir wir gucken überall jetzt hier hin hier war die brücke kaputt ja ja was ist das was ist das ah das ist hier wo wir sie kaputt gemacht haben ja keine sorge wir finden das alles raus nachdem wir hier weiter gelootet haben ich bin halt so versucht meine fackel anzumachen aber sagen wir mal hier grüne weinbeeren klingen am plan kartoffelbrei klingt nach essen stangenbrot oder auch genannt baguette die unmögliche waren aber das tenebris mordig ok lesen der offene osten polen offen und so mehr würstchen ok 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 Was ist das eigentlich? Moment, wir müssen mal kurz... Nein. Das muss mal weg. Ah. Okay. Okay, hier ist nix. Der hätte ich auch hier die Barrikade kaputt machen können. Aber hey. Tausend Wege für nach oben. Da geht's wieder raus. Ich speichern mal. Ich seh nix. Unglaublich dunkel hier. Aufzugswinde. Aha. Mechanischer Schlüsselnuss. Ah, dafür sind die ganzen Schlüssel da. Fahr mal hin. Ah, brauchst du nicht, die Focke. Vor allem nicht, wenn der Öl am Fußboden liegt. Ich lerne ja auch dazu. Okay. Oh, es geht nach unten. Äh, das war jetzt nicht geplant. Äh, was ist denn das? Willkommen im Unterreich. Was zur Hölle ist das Unterreich? Oh, es ist gerade Ruhe. Öl der Verkleinerung. Ja, alles mitnehmen. Mehr Liebeswerkzeug. Eine Spielwiese lustiger Gegebenheiten. Alter, das klingt halt voll ominös. Ähm, rustikale Truhe. Kann man die kaputt machen? Robust. Ein. Was hat er jetzt so gestöhnt? Einemlich ist ein ungewöhnlich robust. Du musst ihm genug Schaden auf einmal zufügen, um sie beschädigen zu können. Wat? Was? Na, du musst einen Mindestschaden haben. Mindest von 10, glaube ich, ne? 14. Aber der 2, der läuft hier. Aha. Irgendwas schreit da die ganze Zeit. Abgrundkriecher. Ja. Okay. Das ist ein Problem für Zukunfts-Ich. Okay. Ich brauche mal Licht. Ich brauche mal Licht. Eimer, Teller, Notizen an der Wahrsagerin. Gold. Ich brauche mal Licht. Ja. Haben wir gelesen? Easy. Ich dachte schon, da steht ein Computer dabei. Ist das ein Spiegel? Fuck. Störungen, Nerven, eine Abhandlung. Äh, lesen. Rucksack. Hier ist aber auch nix, ne? Bist du? Uiuiuiui, was ist das denn? Abgrundrufer. Sehr selten. Aura des Dämonengeistes. Die beschworene Kreatur des Trägers hat Resistenz gegen alle Schadensaden außer psychischer Schaden. Zu Beginn des Zuges der beschworenen Kreaturen muss diese einen Rettungswurf gegen Weisheit bestehen oder sie wird wahnsinnig. Alter. Diese wahnsinnig Geschichten sind schon ein bisschen sträbel. Aber halt 450 Ocken, ey. Schmutziges Tintenfass. Messingmedaillon. Okay. Goldring. Reiseführer der Schwertkütze. Trinkt aber auch nix, das zu lesen. Irgendwie. Auch nix. Okay. Damit haben wir hier das Loch. Ähm. Na, wir machen mal unser Fackel aus. So. Eisentor. Okidoki. Huh. Natürlich. Das ist wieder so ein komisches Loch. Ich bin way too big. Ähm. Aber. Keep your distance down. Hier, Mr. Machen wir mal Entschärfung. Zehn. Ja, easy. Das ist ein 3, 4, 5, 6, 7, 8. Äh. Ich könnte schief gehen. Aber hey. Und das selbe Spiel hier nochmal. Und das selbe Spiel hier nochmal. Vorteil brauche ich nicht. Ja, wenn du es nicht brauchst, ne. Da kommen halt die riesigen Mega-Zahlen. Ich liebe erstmal die Sachen entschärft, bevor du hier rum burschelst. Ne, wenn du irgendwas falsch klickst oder so. Dass du nicht auf die Fresse kriegst. Uh. Silberkirch. Ach. Die musst du auch noch mit dem richtigen Schlüssel aufmachen. Hallo. Infernatisches Eisen. Uh. Sollte ich das nicht für meinen... Für hier. Für Kallach. Sammeln. Ja. Damien kann ich das nutzen, um mich zu fixen. Yeah. Alter. Säurefiole 300 Gold. Awesome. Ganz wichtig. Ja. Ist das was zu essen oder was? Ah, ja. Na, dass dieses komische... Seil. Bettlagen. Getrocknete Rindswurst. Dieses komische Eisen scheint echt selten zu sein. Weil es ist das zweite, das ich bisher gefunden habe, jetzt erst. Und als erstes habe ich ja gebraucht, um sie zu reparieren. Im Druidenhain. Nein. Okay. Auf alle Fälle war das... Diese Höhlenlöcher nerven mich. Für was ist dieser scheiß Knopf, ey? Keine zehn Stücke im ganzen Spiel. Ja, okay. So, wir haben gelernt. Wir speichern. So, und wir... Als... Als Abenteurer von Welt wissen wir, wenn wir einen Knopf sehen, dann müssen wir da drauf drücken. Okay. Ah, passiert nicht so viel irgendwie. Ah, okay. Kann ich mit leben. Nein, ich werde jetzt nicht in den, in den, in den, in den Underbelly da reinmarschieren. In die Underworld. Ich würde ganz gerne weiter... Okay, das scheint... Okay, scheint es hier erforscht zu haben. Äh... Wie kann man denn... Wie kann man denn... Ah, das war glaube ich dumm. Aber das macht nix. Ich wollte sagen, wie kann man denn die, die Ebenen vertauschen? Die Map. Aber brauchst du ja nicht. Ne, ich wollte halt dieses... Ne. Das Ding weiter erforschen. Ne, ist ja noch ein Haus. Ein Hochaufwegpunkte. So, und jetzt muss ich erstmal mein Inventar aufreiten. Das hilft ja nix. Äh, sorry Fiole. Ja, erstmal alles weg, was nicht nieden-nagelfest ist, oder? Ähm. Klub. Silberkelch. Reiseführer. Invernadisches Eisen. Achso, warum geht mir das nicht? Ja, weil ich natürlich Steuerung drücken muss und nicht alt. Also, jo. Das würde so ziemlich jetzt auch meine, meine, meine letzte Aktion sein, hier aufzuholen. So, die Dinger wandern zu ihm. Äh, die Lyra. Kann irgendeiner mit der Lyra was anfangen? Weiß ich nicht. Umgang mit Musikinstrumenten ungeübt. Geht nicht. Wo ist denn die Lyra jetzt? Nichts dumm? Anzeigen. Wegstecken. Ach, sie hat zwei. Ne, laute. Und eine Lyra. Oh, sol. Aha. funktioniert kann sie die laute machen so erst mal alles nach hause schicken diese gemälde geben halt 55 gold ich trage so ein fass bei mir weg mit dir das brandstift das was wenn du ein gegner triffst muss ja ein konstitutionswurf bestehen oder es vergiftet und schläft ein was ich nicht alles hier rumschleppe so jetzt sieht das ganze wieder ganz okayig aus kurze rast ja machen noch eine kurze rast wo ging es lang da geht es lang außerdem sind wir wieder hier ich bin der der vorne steht jungs okay 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 hier ist küche oder der fisch eimer na klar krug geschnittener schinken würstchen getrunken der wurstring ja nein gut ich bin der hier steht gerendet diese hier ist es ich kann es nehmen und schläftig ich kann es ich kann es Das andere ist Schmutz. Butterbrötchen, Kartoffel, Kartoffelbrei, Butterbrötchen, jede Menge zu essen. Stangenbrot. Stangenbrot muss ich ja immer lachen, weil tatsächlich ist das Baguette ist ja, die Direktübersetzung ist ja Stange. Ne, weil, oder Stab heißt es ja. Weil Baguette Magique, äh nicht Baguette Magique, doch Baguette Magique ist ähm ähm der Zauberstab. Es gibt eine Errungenschaft, wenn du nur Alkohol bei einer Rast verwendest. Aha, ok. Werden wir wohl gleich mal machen. Das Hühnchen. Also ich glaube in dem Spiel gibt es echt viele Errungenschaften. Kann das? Kartoffelbrei. Lauter, ach guck mal eine neue Lauter. Kann der nächste Musik spielen. Die Jungsplakat. Hier ist halt echt nix, ne? Immerhin verbrenne ich mich nicht. Der offene Osten. Ja. Nicht runterfallen. Ja, top Junge. Was war das denn? Wie, ich bin blind. Oh. Ähm. Ich hab wohl das Haus kaputt gemacht. Ähm. Okay. Das war glaube ich dumm, aber hey. Hm. Ich hab meine Waffen weggesendet ins Lager. Ja. 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 Weil ich die Fackel hatte die ganze Zeit. Und dann fahrrad. Das war mal. Kampfstab. Oh. Trankt der mächtigen Haar. Oh. Jawohl. Das hat sich auf jeden fall gelohnt. Was bist du? Eine Fallakte? Okay, gehen wir mal hier raus Okay, ich habe das ganze Haus jetzt abgesucht Ja, und jetzt muss ich auf jeden Fall erstmal ins Lager Eventuell eine große Rast machen Weil ich jetzt übel auf die Fresse gekriegt habe Und eventuell meine Wo ist meine Truhe? Da oben Erst mal meine Waffen wieder raussortieren Ja, was hatte ich denn? Eine Waffe Na, ich hatte auf alle Fälle mein Schild Aufheben Hatte ich das? Ich glaube, ne? Das war mein Ich glaube, ich hatte ne relativ Du hattest ne Salami, ja ist klar 6 bis 11 Kurzschwert Waffenverzauberung Ich hatte ein Schwert mit Waffenverzauberung auf alle Fälle Nein, er nicht Ne, sonst gibt's nichts mehr Musst du so drauf achten, ne? Zweihandachst Das würde ich halt gerne Kar nachgeben Kann die mit zwei Händexten was? Weiß ich nicht Ne, bringt auch nix Weil sie schon das Großwert hat Aber ich kann natürlich das wegmachen Den Kampfstab Die Robe Die Dinger Mit Wasser Weg Ähm So, wer kann jetzt hier noch ne Laute haben? Ah, du musst Ah, du musst das zuweisen I see Okay Ähm Guter Plan Nächster Plan Heildränke 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 Ja, die haben nicht so viel Heildränke Aber das ist nicht so schlimm Ähm Ich bin dran So Jetzt muss ich erstmal Na, ich hab halt tonnenweise Schlüssel Ich hab keine Ahnung Für was die alles gut sind Ähm 48 Alter Okay Anlager sind Ah Okay Ah Das finde ich auch so ein bisschen prickeln Dass das nicht automatisch nach oben rutscht Ah Anlager senden Okay Immerhin Bisschen leer Ähm Ähm 27 Ah Man kann das durch Doppelklick aufmachen Ja Ja natürlich So Er hat Oder sie Sie hat die Bürstchen Und er hat Vor allem den Wein Okay So Anlager senden Die beste Startwaffe für Kalach Bekommen an Wenn man den Dämonen im Tutorial besiegt Ja gut Ist wohl nicht passiert Ähm Können wir auch nicht zurück Ja Ja Waffe Kann man das irgendwie Machen dass die Waffen Dass die fest sind Die Gegenstände Das die nicht aus dem Inventar gemacht werden können Ne irgendwie nicht Ähm Okay So wo ist denn sie Mit ihr Wollt man mal gerne reden Okay Ja ja Use for it again Ob wir bald wieder das Bett teilen Okidoki Ähm Damit ich Rast machen kann Brauche ich das Essen im Inventar Ja brauche ich Gehen wir den Tag beenden Nein Okay Ähm Ja irgendwie kann man das auch nicht in die Breite ziehen Sondern nur noch unten Dann wird jetzt hier eine Menge Zeugs drin sein So was habe ich gedacht Alkohol wollten wir Ähm Ist das Alkohol Woran steht denn das Dass das Alkohol ist Frostkussbier Ja gut Das ist sein He he Ballohrbier Mhm Okay Okay Wir schnappen uns mal hier Das sind Zwei Züge Grobe Bonus Aktion Was macht denn das Der liebliche Sozeiler T Alkohol Ah Zustand Ist bei Attributswerfen auf Geschicklichkeit Den Chaos mal im Nachteil Okay Ah Dann kann man die Tooltips gucken Okay das heißt überall wo dann quasi So zwei Züge drin Das ist Alkohol Sehe ich so richtig oder Wir haben sechs Und sechs sind wir bei zwölf Na ich möchte halt nichts trinken was halt so richtig teuer ist Guck mal das Zeug ist halt Ich hab neun davon das kostet 162 Gold Emmeltaler Rot Ähm Wir haben zwölf Und Fünf mal drei sind 15 Ähm 27 Okay Ja genau Zack 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 Ah kostet 42 28 Fokusbier Äh Wie viel Stück Ja nehmen wir mit Aufheben So Achso Dann können wir einfach hier drauf kriegen oder Du hast genügend Gleichwilligung bei Raustreffung Ja Ich hab das Eulenbären Ei gegessen Lul Ich hab noch kein Eulenbären Ei Weil ich noch nicht bei den Goblins war Beende den Tag Ah lol Jetzt brauch ich das zum Beispiel nicht Was soll denn das Na ja passt ne Lange Rast Ist das alles Alkohol Das geht das Ollenbeer essen Lol Da ist gepiept Liege nur durch den Einsatz von Alkohol Vermutlich Ob ich nicht mehr lesen können Automatisches Speichern erfolgreich Aber der Hund will mir irgendwas mit mir reden Stärke Ihm den Ball abnehmen Fingerfertigkeit Mit Tieren umgehen Ihm den Ball lassen Der will bestimmt fangen spielen 15 15 Natürlich Come on Jetzt beißt er mich Nein Ja gut Wir spielen aber Zwei gehen Ich gehe doch Ich gehe doch Es gibt irgendwann im Spiel Eigentlich Funky Ei What the fuck Warum habe ich jetzt diesen komischen Ball Kratz das Ball Was mache ich damit Fallen lassen Werfen Ach komm Soll ins Inventar gehen Nein kann ich nicht Doch am Lager sind Lager verlassen Ich will jetzt nichts sagen Aber Ich meine jetzt zu erkennen Wie das Gifjanki Ei zustande kommt So Die Unterwelt Haben wir jetzt mal sein lassen Puh ey Ich finde die Gifjanki Wurde unsere Energie Ich hatte noch so viel zu tun Ich habe es verkauft Alter Aber das ist doch bestimmt Aber das ist doch bestimmt Ah doch bestimmt Diese komische Farbe Na hier Ist doch bestimmt So ein So ein Dingsi So ein Oranges Teil gewesen Neuer Spielstand So nichtsdestotrotz Für mich ist jetzt Schluss Äh Wir haben 5 Stunden gezockt Es ist 23 Uhr Äh Muss ins Bett Und so Nachdem ich doch was gegessen habe In jedem Fall wieder Vielen vielen Dank fürs Zuschauen Ich wünsche euch Es gibt ja erstmal Wenn wir jede Quest Mit das drauf stehen Ja Das Unschöne daran ist Du wirst das nie wieder durchspielen Weil es einfach so massiv ist Ähm Dass du Jahre brauchst Um da durchzukommen Ne Wieder vielen Dank fürs Zuschauen Ich wünsche euch allen Einen wunderschönen restlichen Freitagabend Haltet die Ordnung Bleibt gesund Wir sehen uns morgen wieder mit World of Warships Und Sonntag dann Mit dem Silvester Stream Also dann Bye Bye Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.